Wir verlosen wieder 3x2 Kinogutscheine für unseren Medienpartner Cinemax am Potsdamer Platz. Die haben 19 Kinosäne und über 50 Kinofilme pro Tag. Das ist richtig, richtig viel. Ja, und Caroline hat heute für euch die Gewinnspielfrage. Genau, und zwar, wie heißt der deutsche Zusatztitel zu dem Kinofilm Wild Tales? Wenn ihr es wisst, schreibt an diese Adresse. Und dann wünschen wir euch ganz viel Glück und ganz viel Spaß im Kino. Cinemax mehr als Kino